Es ist tatsächlich vollbracht, diese lange, lange und katastrophale Werder-Saison. Sie ist zu Ende und sie ist nicht mit dem Absturz in die zweite Liga zu Ende gegangen. Werder Bremen bleibt für ein weiteres Jahr Fußball-Bundesligist. Ein 2 zu 2 im Relegationsrückspiel gegen den 1. FC Heidenheim hat dafür gesorgt. Und wenn wir ehrlich sind, passt es ziemlich gut als Strich, als Fazit unter diese Werder-Saison, dass die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt auf den Zweitligisten, den tapfer kämpfenden Zweitligisten aus Heidenheim, in zwei Spielen kein einziges Mal bezwungen hat und trotzdem erstklassig bleibt. Der Auswärtstor-Regelung sei Dank. Norman Teuerkauf, ein Ex-Bremer, hat eines davon für Werder erzielt. Das zweite dann Ludwig Augustinsson in der Schlussphase. Zwischenzeitlich, 85. Minute, das 1 zu 1 von Kleindienst. Und da war nochmal Zittern angesagt auf der Bremer Bank, bei allen Bremer Fans zu Hause in der Heimat, denn ein weiteres Heidenheimer Tor und das wäre es gewesen. Aber das ist nicht gefallen, beziehungsweise schon, aber zu spät. Denn Ludwig Augustinsson, wie gesagt, hat Werder mit seinem Tor 2 zu 1 in Führung gebracht. Und Kleindienst-Elfmeter dann in der 8. Minute der Nachspielzeit hat Heidenheim nichts mehr genützt. Die Mannschaft bleibt in der 2. Liga. Werder-Trainer Florian Kohfeldt hat sich nach dem Schlusspfiff, der fast mehr erschöpft, denn erleichtert präsentiert. Er sagte, bis der ganze Druck jetzt von mir abgefallen ist, das wird ein bisschen dauern, aber heute darf definitiv gefeiert werden. Denn auch das hat er betont, das habe sich die Mannschaft nach dem großen Druck, der großen Belastung jetzt einfach verdient. Und ich glaube, dem ist im ersten Moment nicht zu widersprechen, ist ja nochmal gut gegangen. Aber was folgt darauf, wenn man sich jetzt kurz schüttelt und merkt, ja, jetzt haben wir gefeiert, wir sind drin geblieben, ja, dann wird jeder bei Werder merken, und das weiß auch jeder jetzt schon, dass dieses Jahr ein ganz, ganz mieses war und dass es so auf keinen Fall weitergehen sollte. Florian Kohfeldt hat eine ganz ähnliche Wortwahl benutzt. Der hat gesagt, es kann nicht so weitergehen und es wird nicht so weitergehen. Die Woche der Großanalysen steht an bei Werder Bremen. Verschiedene Gremien, alle, die im Verein etwas zu sagen haben, kommen zusammen, beraten sich und, ja, versuchen herauszufinden, in welcher Konstellation es in der neuen Saison am besten weitergehen kann. Besonders im Fokus dabei natürlich Trainer Florian Kohfeldt und Sportchef Frank Baumann. Und der hat hier in Heidenheim vor und im Innenraum des Stadions, kurz bevor die Veranstaltung dann offiziell zu Ende ging, ja, mehr als nur durchblicken lassen, dass es ziemlich wahrscheinlich mit ihm als Sportchef und Kohfeldt als Trainer weitergeht. Auf die Frage, ob er Kohfeldt weiterhin für den besten Trainer hält, hat er genickt. Und auf die Frage, ob Kohfeldt das selber denn auch so sieht, ob er weitermachen möchte, bestätigt, ja, der hat die Kraft für dieses Jahr. Ich kann mir das gut vorstellen, dass er das möchte. Von Baumann selbst wissen wir ja schon seit vielen Wochen, dass er sich als den richtigen Mann weiterhin auf der Sportchef-Position sieht und gesagt hat, ich sehe das als Teil der Verantwortung, nicht wegzurennen, wenn es, ja, auch mal schwieriger wird. Das gehört dann dazu. Die Frage ist, was der Aufsichtsrat möchte und verlangt. Aber es riecht sehr, sehr stark danach, dass es bei Werder in derselben Besetzung weitergeht, in der diese Saison zu Ende gegangen ist. Und apropos Riechen, es riecht hier jetzt gerade vor dem Heidenheimer Stadion ziemlich stark nach Feuerwerkskörpern, denn, seh mich mal gerade, hier hinter mir feiern die Heidenheimer Fans, ja, den Nicht-Aufstieg natürlich nicht, aber dann doch eine erfolgreiche Saison. Trainer Frank Schmidt hat gerade vom Balkon zu seinen Spielern gesprochen und sie gelobt und gesagt, hey, immerhin können wir ein weiteres Jahr in der zweiten Liga spielen. Und das ist ja für diesen Verein auch schon was. Das war ein Wahnsinnsjahr, Platz 3. Das darf man auf keinen Fall unerwähnt lassen. Bei Werder, wie gesagt, die Woche der Großanalyse steht an und der erwähnte, erschöpfte Kohfeldt, der wehnt noch etwas ganz anderes herbei, denn er hat heute schon gesagt, ganz egal, welche Entscheidungen da am Ende fallen, was am Ende nach dieser Woche herauskommt, er weiß schon, was er im Anschluss daran tun wird. Ich suche mir einen Strand irgendwo, wo mich niemand kennt und lasse die Seele baumeln, hat er verraten. Und das hat er sich nach dem Druck der vergangenen Wochen, Monate und vor allem jetzt auch Tage wirklich verdient. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.